Was ist denn das? Birne Helene. Ist aber ein Apfel. Mit Schokoladensauce. Dann ist es keine Birne Helene, sondern ein Apfel Helene. Das gibt's überhaupt nicht. Ein Apfel ist ein Apfel und eine Birne ist eine Birne. Lass es stehen, wenn es dir nicht schmeckt. Es schmeckt mir ja. Dann iss es doch. Ich ess es ja, aber nicht unter falschem Namen. Das ist Elisabeth. Was ist los? Wie Sie meinen. Haben Sie Birne Helene? Heinrich. Das ist unsere Spezialität. Wir servieren ein naturbelassenes Birnenmark mit Vanilliesoce. Birne Helene ist eine gekochte Birne mit Vanilleeis und heißer Schokoladensauce. Unsere Birne Helene ist mit Vanilliesoce und wird immer gerne genommen. Ihre Birne ist eben keine Birne Helene. Du nimmst ein Stück Apfelkuchen, der ist mit Schokoladensauce. Nein, nein, vielen Dank. Und so einen Jägerspieß. Wenn ich jetzt noch einmal Birne Helene höre, werfe ich mich hier auf den Boden und beiße in die Auslegewahre. Ach was? Du bist das Schärfste, was mir jemals zwischen Herings... Soll ich schon mal die Birne Helene servieren? Was ist denn das? Heinrich. Das ist ein Apfelkompott mit Sahne. Zweimal.